Nalhuta, was so viel heißt wie prächtiges Juwel in der Sprache der Hutten, wobei das die ganz falsche Bezeichnung für Nalhuta ist. Im Moment sitzen nur ein paar Trümmer, aber Nalhuta ist ein einziger Giftplanet. So, der ist gefährlich hier. Das Kanonenboot. Weil die schießen Raketen in meine Raumschutzung rein. Haben wir hier irgendwo ja das Moron-Rekreuzer? Das ist dein Ziel. Ich lasse mir mal einen Langstrecken-Scanner. Da bitte schon. Dreh dich nicht weg, sondern schieß da drauf. Bist doch nicht gut. Ja, ich bitte darum. Hier kurz den Antrieb ausschalten, bitte. So, da ist ein neuer Typ. Haben wir ihn hier noch. Ja, da ist der Antrieb. Das ist das Primärziel. Da ist der andere. Und da ist der andere. Der Captain Antilles. Heißt er. Und der kann gegen Jäger sehr gemeinsam. Und der ist verdammt schnell wieder weg. So, hier könnt ihr euch mal da mal kümmern. Nachdem wir dich haben. Angriff auf dieses Ziel. Da sind noch Bomber. Und wieder dieses Festhaken. Ich weiß nicht, woran das liegt. In meiner Maus liegt es nicht. Die habe ich schon zweimal überprüft. Hau ab, Antilles. Hau ab, Antilles. Ich brauche da wirklich. Wirklich Captain Peter. Der kann ihn ja nicht verdammt schnell ausschalten. Mit einem Schuss. Seine Spezialwaffe. Wenn du da hinterher fliegen kannst, kannst du dir eben die Schilde noch klauen. Kriegst du denn, ja, so ein bisschen Schaden machst du. Der ist gleich Schrott. Da ist noch was. Unsere Raumstation hat zum Glück mal nichts abgekriegt. Könnt ihr da mal in den Nebel rein? Verdammte Mist. Greife Ziel an. Unsere Raumstation wird angegriffen. Da sind noch Befehlings. Die waren zu schnell weg, meine Jäger. Erwarte Befehle. Ich habe verstanden. Da ist Antilles wieder. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Solange ihr da im Nebel steckt könnt, ihr sollt ja auch da mal bleiben. So, jetzt habe ich zumindest die ganze Karte im Blick. Dieser Marauder Kreuzer ist jetzt für Schichte. Ach. Wie können die den sehen? Der liegt doch im Nebel und komplett verborgen. Da drüben. Und wie viele Marauder Kreuzer sind die eigentlich? Feuer frei. Der Standpunkt unter dem. Position bestätigt. Sammeln für einen Angriff. Greife an. Das ist doch nicht mehr feierlich hier. Ziel wird anvisiert. Marauder Kreuzer, Bomber. Alles was viel Schaden macht, aber nicht viel aushält. Wir rücken vor. Wir rücken vor. Wie sind eure Befehle? Verstanden. Dafür haben wir aber unseren Akklamator Kreuzer. Verstanden. Der ist ganz gut dagegen. Wenn du dich mit dem anlegst, bist du sofort weg. Habe verstanden. Ihr könnt euch mal um den hier kommen. Feuer frei. Und da du keine Schilder mehr hast, ist es jetzt auch egal. Feuer kraft. Ich hab' in Arme. Hab' den Antigenwerfer verloren. Gibt es hier sonst noch jemanden? Ja, da schwirren noch jede Menge Bomber rum. Vorrücken. Meldung wird entschlüsselt. Ich hab' ihn. Kloppt der immer wieder auf, oder warum ist er nochmal vernichtet worden? Melde mich wie befohlen. Asteroiden fällt voraus. Ausweichmanöver einleiten. Da warten wir Ihre Anweisungen. Kreuzer online. Eröffnet das Feuer. Beschützte Feuer bereit. Und Tschüss Tatankreuzer? Bereit. Bestätigt. Hinterher da. Die räumst du jetzt weg. Nähere mich dem Ziel. Dieses Ziel angreifen. Ja, Sir. Dann... Wollen wir mal gucken. Da haben wir noch einen Roller-Kreuzer. Jawohl, Commander. Den könnt ihr euch auch mal kümmern. Da ist mein Tatankreuzer. Wo ist mein anderer? Ach, der wurde ja zerstört, ja. Richtig. Du kommst dich mal um alles, was hier so an Jägern rumschwirrt. Einfach mal reinfliegen. Einsatz bereit. Ziel wird erfasst. Hauptziel, bitte. Ja, Sir. Angriff auf dieses Ziel. Akklamator-Kreuzer. Kannst du mal hier oben langfliegen? Bereit. Ziel wird anvisieren. Schalte sie auf. Könnt ihr mal in den Nebel rein? Da könnt ihr hier wieder den Störsender suchen und finden. Ja, Commander. Greife dieses Ziel an. Nicht schon wieder. Das nervt ziemlich. Nicht. So. Da sind wieder Fregatten. Und der Käpt'n Antilles ist immer noch da. Feuer eröffnet. Verstärkung unterwegs. Konzentriere die Feuerkraft. Meine Sicht wird verstärkt. Sofort. Schon unterwegs. Unterwegs. Wenn du da vielleicht noch was tun kannst, dann bitte. Ein paar Bomber haben wir da. Hier könnten wir auf den Antilles losgehen. Ziel erfasst. Bereit. Kannst du mal einen Gegner jagen? Danke. Da ist noch ein... Marotokreuzer. Ja, ist gut. Danke. Und beidrehen. Nicht dieses ewige Rumfliegen. So. Ja. Eine Sekunde mal. Feuer. Feuer. Auf jeden Fall Feuer. Wo ist der Motor? Kreuzer. Da ist der. Bereit, Sir. Sie nähern sich schnell. Das hoffe ich, dass du das mal bringst dir. Der Antrieb ist schrott. Da haben wir noch einen anderen Antrieb. Da ist noch einer. Den will ich leider nicht weghaben. Dann kann meine Raumschutzung die schönen Auseinanderschilder halten. Nein. Interceptor. Haben wir hier noch Bomber? Nein, aber du kannst mal da irgendwie irgendwie an den Nebel fliegen. Da ist noch ein Antrieb weniger. Der hat schon keinen mehr. Die beiden auch nicht. Der wird auseinandergenommen. Schön mal hier den Scanner. Erobern. So. Dann haben wir es wieder. Da kommt der andere wieder. Ah. Gegen den hilft eigentlich nur ein Fangstrahl. Oder entsprechend Bomber, wenn er still hält. Um den könnt ihr euch mal kümmern. So. Schilde. Unsere Raumschutzung. Die Hallen. Die werden nämlich zum Glück nicht angegriffen. Ihr beide. Kümmert euch mal da drum, sofern ihr könnt. Komm. Kannst du mal da noch einen Bomber raufschmeißen? Um den hier kümmert sich meine Raumschutzung. Tartankreuzer. Marsch. Alle Bomber. Auf diesen anderen schießen. Und da kommt noch eine Fregatte raus. Hier ist da gerade auch noch eine. Meinstellung. Verstand. Und der Aufräte sind die Laserbatterien. Moxie mal als Wirkungsfeuer. Das ist auch der Befehlss consp. Jetzt, da hier kein Geschwader mehr ist, schießen die auch nicht mehr auf den, weil sie den nicht sehen. Der ist nämlich nur für uns sichtbar. Ah, da ist noch ein Antrieb. Und da ist auch noch ein Antrieb. Und weiter vorrücken. Und Bomber darauf. Der Primärziel ist der Piet hier. Ne, der Käpt'n Antilles. Sobald er in Reichweite ist, werdet ihr den abschießen. Ein Antrieb weniger. Auf den Antrieb schießen. Und volles Feuer. Und einmal Gegner jagen. Was haben wir hier wieder? Gegner jagen. Ach, unser Scanner ist wieder kaputt. Wo fliegt ihr denn hin? Man sollte meinen, dass die mit Gegner jagen noch ein bisschen schlauer sind. Und ihr haltet eh nicht lang durch. Also könnt ihr gleich mal da in ganzen Kram kommen. Mit vollem Feuer. Raumstation. Da ist noch ein Antrieb. Ich fühle mich hier gerade wie eine Erschichtbude. Ich muss nur meine schießenden Einheiten dirigieren. Pause. Du. Da. Ja, Sir. Ihr auch da. Der soll da endlich weg. Und dass die sich dann nur an den hier konzentrieren und nirgendwo sonst drauf schießen, ist ein bisschen blöd. Mensch. Ich weiß, da gibt es die Funktion, dass man hier die bewegen und alles angreifen lassen kann. Aber ich will, dass die ein Ziel angreifen und sich irgendwo hinbewegen und dann sofort wieder festschießen. einsatzbereit. Bestätige. Beschütze Feuer bereit. Information. Ähm, hier, da. Kannst du noch. Ich bin der Pakt auf los. Ich bin der Pakt auf los. Und den muss ich jetzt wahrscheinlich mit dem Akklamator-Kreuz hervorgehen, wenn der mal zum Schuss kommt. Moment, hier geht der ja nur von den Fregatten hier abgeschossen. Station bereit. Da, ein Antrieb, bitte. Nur hat der Hangar da? Das wird mir auch nicht gut. Der ist außer Reichweite gut. Kannst du da mal hier... Nein, vergiss es wieder. Sobald der auf die Mütze kriegt, ist er schon wieder weg. Das ist so nervig. Man kommt hier zu nichts. Ah, da bin ich gerade aufs Mikrofon gekommen. Man hört mich noch einigermaßen, dass ich das nicht vollstellt habe. Ist hier ein Headset-Mitro, was ich so rumliegen kann, wie ich fröhlich bin. Na, halt still. Beginner Angriff. Die richtige Membran-Mikrofon habe ich noch nicht. Und sobald wollte ich mir das auch nicht anschaffen. Mein Mikrofon vom Headset ist schon ganz gut. Jetzt halt erstmal kurz still, dass nicht jeder... Oh. Bleib stehen. Wenigstens ein paar Raketen hat er da gekriegt. Hinterher da. Falls ihr könnt. Abgeschossen werdet. Du fliegst mal da außen rum. Gegner jagen. Könnt ihr da mal bitte? Danke. Eure Befehle, Sir. So, ein Antrieb weniger. Die haben keinen Antrieb mehr. Und sobald die in Reichweite sind, sind sie schon verloren. Hm, hat hier noch einer? Da, ja. Ja, da ist noch ein Antrieb. Vielleicht machst du den das alle. Dann kannst du den vielleicht mal hier hinten ein bisschen wegscheuchen. Dass er sich näher in Richtung unserer Raumschätzung bleiben will, wenn der da weg will. Mit so einem Akklamator-Kreuzern. Der schießt jetzt die Bomber sofort ab. Alle. Ausnahmslos. Erwartete Befehle, Sir. Du rufst ja bestätigt nicht. Stopp. Da hältst du einfach mal. Meldung wird entschlüsselt. Dann, schauen wir mal. Die Raumschätzung konzentriert sich immer auf die hier. Wir feuern auf ihre Laser. Hab es das dann sofort. Geht zum Angriff über Einsatzbereich. Kannst du denn erwischen da? Ah, jetzt kommt er. Getrieben. Von allem, was wir haben. Aber der hält zu viel aus. Der hält einfach viel zu viel aus. Stationen bereit. Wo sind die anderen? Schild der Kast auf Ruh. Du, tragen wir jetzt ja lesen noch mal drüber. Gut. Oh, Fregatten. Noch mehr. Haut sofort wieder ab. Das ist unglaublich. Kriegt ihn nicht zu packen. Antrieb, komm schon. Geht kaputt. Jetzt sammle ich jetzt mal meine Kräfte. Salon Head. Das stärkste, was die Jumellen gegen Geschwader haben. Neben den Motorkreuzern. Vielleicht kannst du den noch ausschalten, wenn du einigermaßen drauf bist. Ja. Das war. Was ist hier denn los? Der so nah an meiner Raumstation. Liegen geblieben. Und zwar mit vollem Feuer. Ah, die Schilde sind down. Von ihm. Auf jeden Fall den Antrieb ausschalten. Die Bomber fliegen da einfach mal hinterher. Die können ja nicht von den... wenig von den Frigatten getroffen werden. Wenn die jetzt mal Bomben abschießen könnten. Ja, ja. Ja, endlich. Das war er. Jetzt kann ich hier mit meinem Bomben frei agieren. Oder wenigstens schon so schnell abgeschossen. Sind aber doch ganz schön viele Frigatten jetzt. Auf den Antrieb. Und hier bitte mal hier auf den Antrieb. Halt, da bleibst du liegen. Und schließt auch mal auf den Antrieb. Haben wir hier noch irgendjemanden, der umzüglich gefährlich werden könnte? Wollen wir mal nachgucken. Ist der Antrieb kaputt? Tja, so. Ja, jetzt wirst du zerlegt, aber das ist mir Wurst. Kommt ja gleich wieder neu. Und weiter geht es. Das war mal ein Antrieb.